Hallo, hallo. 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 Ne, nur Gartenfall. Die zwei da drüben sind billig schön. Die zwei da drüben sind billig schön. Ja. Jetzt kommen sie ins Internet. Jetzt kommen sie ins Internet. Nein, die waren dazu gezwungen. Nein, die waren dazu gezwungen. Aha, aha. Wohl zu werden. Hä? Aush. Oh. 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 Ab Montag auf YouTube zu sehen, ne? Also auf Videos. Ja. Ich film schon die ganze Zeit. Der Messner, der Führer ist gar nicht da. Oha, der kommt da voll leicht runter. Hansi, du musst auch noch unten an den Tisch mit den Füßen. Ich sag, das wird schwierig. Das haben wir gerade zu dritt schon versucht. Wir sind gerade zu dritt. Wir haben es zu dritt geschafft, aber dann ist der Tisch auch fast noch mal gebrochen. Wo hab ich denn jetzt mal in die Bede gebrochen? Ah. Wer hieß sie? Jah, ha, ha ha, ha, ha. Die geht dann mal in, meine Leinheit. Ah. Ha ha, ha. Die da Hansi, die Dothen hoppt. Die da habe ich den Arsch auf den Bank. Ich muss das Handy zur Position bringen, das dauert 5, das dauert zu ewig. Ja, jetzt müsst ihr euch noch küssen. Ja, freilich. Am wenigstens wollte ich natürlich auf die Backe. Für einen Euro mehr, oder wie? Ey, mit Zunge, mit Zunge aber. Mit Zunge auf die Backe. Mit Zunge auf die Backe. Mit Zunge auf die Backe, komm. Mit Zunge auf die Backe. Andi, du wirst gescheit drüßen, nicht immer so billig. Ja, ich mach rückwärts. Ja und, etwa kommt der Auto. Ja, so ist das schön. Den hab ich dran. Cool. Der Jürgren. Das ist der Beder, ne? Nö, das ist der Beder. Dauerhaft. Dauerhaft. And Beder. Vielleicht ist der so kurz, der kann nur stehen. Ja, der geht nicht lauter. Hey, wie sieht denn das Fleisch aus? Wie sieht denn das Fleisch aus? Das Fleisch. Mit Asche bedeckt. Na, klasse. Ich hab 41 Tonnen Verzögen. Ja, gar nicht so hart. 3 Sekunden mehr wie ich jetzt. Das war einfach, dass was bessere Qualität ist von uns beiden. Das war von uns beiden bessere Qualität, weil ich hätte kurz mal in den Rhein. Ja, gut, ich wackele aber so. Unser ganzer Sound ist aufgestattet, dass die Zeit schweigt auch was gelagert. Ich wackele aber so, dann fahren wir ja jetzt mal die Finger rein. Ja, dann sehen wir ja dann was besser. Ja, dann sehen wir ja dann. Oh, ich hab mir das leid. Entschuldigung, ne? Also normalerweise mach ich sowas nicht, ne? Dann hab ich gar nicht gesehen. Ach, du hast gar nicht gesehen? Dann mach's nochmal. Okay, Entschuldigung. Da haben sie. Wollt ihr dich dazu machen? Dann würde ich eng. Hallo? 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 Ja, ja? App, kommen Sie da? Ich kreste mich. Ja, was ist das? Ja, das ist das? Ja, ich kann nicht mehr. Ich komme nicht hinunter, Nell. Ja. Ich bin sicher. Hallo? 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 Ich fülle mich, ich fülle mich. Hallo? 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 Ja, und haben Sie es? Ich habe schon einen Fingerabuch über den Eis. Ey, du musst begrüßen. Du musst begrüßen. Ach, warte mal. Ich muss jetzt mal grüßen. Hä? Wo seid ihr denn jetzt? Ich habe schon lange gefeiert. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ja, genau. Ich kann das nicht. 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 Jetzt kann man das nicht. Da habe ich gesagt, ich bin noch nicht im Falle. Ich habe noch nicht im Falle. Ah! Ja, sitzen bleiben. Regelfallstuhl, fünf Minuten mehr. Ich weiß nicht. Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Den soll ich nicht. Der ist bekannt. Der ist bekannt. Wann werden in der Wunde? Nein, wir sind nicht. Jetzt soll er in das Zimmer auf die Burt kommen. Und wir müssen da hoch sein. Aber für einen Ausblick auf die Burt. Ja, der kommt der steht im Laufsturm auf die Burt. Jo. Ja, 3 Minuten geht schon noch. Ja, 3 Minuten geht schon noch. Ja, aber es ist geil, dass die da nicht fangen. In 3 Minuten habe ich auch 10 Minuten filmt. Das ist die Strafe dran, hat die Menschen da hergeguckt mit, sonst hat er so eine Dumme gefunden. Ha? Ja, ich setze in YouTube rein. Wow. Ihr habt Hunger, gell? Max, wie schaut das Essen aus? Ja, er ist noch grad rumgedreht. Hä, wirklich? Ja, ist es gut oder schlecht? Ich war heute in meinem Keller, ich bin richtig glücklich und heute in dem Keller aufgeräumt. Ja, ich hab 91 meine Beine. Ja, dann komm mal rüber. Mal Videos, die es rufen, dass du mal meins nehmen. Film mal kurz weiter, ich will auch mit drauf. Ich will auch mit drauf. Du willst auch mit drauf? Ja, ich will auch mit drauf, dass du mal meins nehmen. Du hast ja mal gleich die weg. Ja. Das nächste Mal hinhocken. Also, es war schön, dass sie da waren, ne? Ja. Ja. Jetzt fängt ja mal alle schön. Ja, jetzt fängt er mal alle schön. Ja, die sind ja nochmal 2. Ja, jetzt fängt er mal alle schön. Oh, das ist ja noch mal 2. Sa? Ja. Asi das klingt ja mal alle schön. Ja, jetzt fängt der mal alle schön. Nein, nein! Das war doch nicht! Hier doch nicht! Nein! Ich muss doch nicht mehr auf den Weg gehen. Ich muss doch nicht mehr auf den Weg gehen. Ich muss ja auch noch ein Weg gehen. Noch ein Weg! Oha, Max, das habe ich halt vertreten. Nein! Das war perfekt! Das war zu gut! Ey, wir kriegen unseren Euro hierher, aber flott. 10 Minuten sind so längst rum! Ja, das ist noch 1 Minute. 1 Minute noch! 1 Minute noch! Ey, 1 Minute noch! 1 Minute noch! Man sieht ziemlich dahinten so wohl! Dann kann man es reinstellen als 10 Minuten, bitte! Ne, mach dir mal mehr viel, wenn ich es wieder anschaue. Das ist ja ein Problem. Lass! Lass mich nicht mal ein Foto bringen! Ich setz mich wieder rüber, weil... Nein, da muss doch mal ran! Du sollst den Lippe halt weg! Mach's über Hause! Junken! Ich! 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 Juna, wie es ist immer da! Du sollst den Gang hören, der muss dich verarbeiten. Ich wollte kurz hören, ich wollte dich verarbeiten. Ich musste direkt oben da. Ich bin einer von einem Puzzle, der auf einen Weg ist. Das ist der Gang, der auf einen Weg ist. Warte, jetzt? Du warst? Ja.